In Nebel gehüllt, inmitten des Pazifischen Ozeans, liegt rund 500 Kilometer vor der Küste Costa Ricas ein verlassenes Einand, die Kokosinsel. Die Kokosinsel liegt so abgeschieden, viele hielten sie für einen Mythos und waren nicht sicher, ob sie überhaupt existiert. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert suchen skrupellose Piraten die Insel regelmäßig heim. Es gibt zahllose Berichte darüber, dass Piraten ihre Schätze auf der Insel vergraben haben. Manche glauben, dass unter den Kokospalmen und Felsen der Insel noch immer Gold und Edelsteine im Wert von mehreren Millionen Dollar versteckt liegen. Wann immer früher von einer Schatzinsel die Rede war, ging es um die Kokosinsel. Im Laufe der Jahre kämpften hunderte von Schatzsuchern gegen den unaufhörlichen Regen, die sengende Hitze und den harten Boden an. Manche blieben monatelang, die meisten nur ein paar Tage. Doch ein Mann suchte 17 Jahre lang auf der Insel nach einem Schatz. August Gisler. Für ihn gab es kein Zurück, solange Blut in seinen Adern und Luft in seinen Lungen war. Manche Schatzjäger bewundern Gislers unbändige Leidenschaft. Andere sehen in ihm nur Gier und Besessenheit. Dies ist die Geschichte von August Gisler und seiner unglaublichen Suche nach dem Piratenschatz auf der Kokosinsel. 1881 nimmt ein britisches Segelschiff Kurs auf Honolulu, der Hauptstadt Hawaii's. An Bord ist auch der 23-jährige deutsche Ingenieur August Gisler. Seine Reisen führen ihn um die ganze Welt und er lernt einige ungewöhnliche Gefährten kennen. Gisler freundet sich mit einem jungen Portugiesen an, Manuel Cabral. Sie verbrachten viel Zeit miteinander, tranken eine Menge rum und erhielten sich über ihre Familien und alles Mögliche. Die gemeinsamen Wochen auf See schafften Vertrauen und sie schätzten die Gesellschaft des Anderen. Eines Abends tritt ein Segler namens Old Jack in ihre Kajüte. Cabral meint, er sehe aus wie ein Pirat. Aber Gisler widerspricht. Die Zeit der Piraterie sei längst vorbei. Cabral erzählt ihm von seinem Großvater, der Piraten immer genauso beschrieben habe, wie diesen Old Jack. Er war Segler und in denselben Breiten unterwegs. Cabral vertraute Gisler an, dass er den weiten Weg nur auf sich genommen habe, in der Hoffnung, einmal eine ganz bestimmte Insel zu erreichen. Eine Insel, auf der etwas Besonderes versteckt sei. Er zeigte Gisler ein in ein Öltuch gewickeltes Notizbuch seines Großvaters. Das Notizbuch erzählt von dem Leben eines Piraten aus dem frühen 19. Jahrhundert. Es beginnt damit, dass Cabrals Großvater als junger Fischer mit seinem Boot vom Kurs abkam, Schiffbruch erlitt und mit seiner Mannschaft von Piraten aufgegriffen wurde. Sie wurden zur Arbeit gezwungen und stellten fest, dass sie für einen der berüchtigsten und faszinierendsten Piraten jener Zeit schufteten. Don Pedro Benito oder auch Bloody Sword Bonito. In diesem Moment hat Gisler die Erzählung gefesselt. Er muss völlig fasziniert gewesen sein von dieser Geschichte eines wirklichen Piraten. Ein Kapitel des Notizbuches erregt besonders sein Interesse. Die Piraten überfallen ein spanisches Segelschiff und erbeuten einen Schatz. Auf einer Insel wollen sie ihn vergraben. Man konnte mit einer Ladung Juwelen nicht einfach in einem Hafen anlegen. Die Leute hätten sofort gefragt, wo das herkommt. Sie brauchten für den Schatz ein sicheres Versteck. Tabak kann man in jedem alten Hafen schnell loswerden, aber ein goldener Kelch macht die Sache schon schwieriger. Und dann ist Gisler wie elektrisiert. An einer Stelle beschreibt Cabrals Großvater, wo der Schatz vergraben werden sollte. Ein paar Tage nach unserer Gefangennahme entdeckte der Späher des Piratenschiffs vor uns eine Insel. Schon von Weitem konnten wir einen riesigen Wasserfall und hohe Berge an jeder Seite erkennen. Drei Boote brachten den Schatz an Land, in der Nähe mehrerer Kokospalmen. Ein Bach mündete an der Stelle ins Meer. Gisler liest weiter, wie Cabrals Großvater und der Schiffskapitän dem Wasserlaufland einwärts folgen und erneut auf einen Hain mit Kokospalmen stoßen. Hier beschließen sie, ihre Beute zu vergraben. Es gab ja damals keine nummerierten Schließfächer, wie in einer schwarzer Bahn. Man packte den Schatz in ein sicheres Versteck, das zwei Eigenschaften genügen musste. Erstens, sollte es schwierig zu finden sein. Und zweitens, musste man es selbst wiederfinden können. Anhand von Informationen, die niemand anderes hatte. Dann entdeckt August Gisler den vielleicht entscheidenden Hinweis, wo genau Cabrals Großvater den Piratenschatz versteckt haben könnte. Ich grub ein Loch in den Boden und füllte es mit dem Schatz. Der Kapitän vermaß alles sehr genau, verriet mir aber nichts. Also nahm ich meine eigenen Koordinaten. 600 Fuß von West nach Süd, angefangen von der Mündung des Baches bis zum runden Felsen und dann 20 Fuß zurück zu den Kokospalmen. Noch nie zuvor hat Gisler etwas Vergleichbares gelesen. Und er realisiert, dass das Notizbuch nicht nur exakte Angaben enthält, wo der Schatz vergraben liegt, es ist auch noch nie vorher einem anderen Menschen gezeigt worden. Doch etwas fehlt. Gisler hatte zwar sehr viele Informationen, wo genau der Schatz vergraben war, aber ein ganz entscheidender Hinweis fehlte ihm. Der Name der Insel. 169 Tage, nachdem Gislers Schiff London verlassen hat, erreicht es Hawaïs Hauptstadt Honolulu. Inzwischen versucht der junge Deutsche verzweifelt, den Namen der Insel zu erfahren. Und er bemüht sich, genug Geld für eine Schatzsuche aufzutreiben. Auf Hawaï machte sich Gisler sofort auf die Suche nach einem Job. Nach einer Weile fand er Arbeit auf einer Plantage. Eines Abends, in einer Bar, hat Gisler eine zufällige Begegnung mit einem Mann namens Bartels. Durch ihn erhält er einen weiteren Hinweis auf den vergrabenen Schatz. Bartels erzählt ihm von seinem Schwiegervater, Old Mac. Gisler erfuhr, dass Old Mac den Piraten Benito Bonito tatsächlich gekannt hatte. Er war an der Kaperung spanischer Segelschiffe vor der Küste Acapulcos beteiligt und ist zu einer Insel gesegelt, wo der Schatz vergraben wurde. Gisler horcht auf. Er fragt sich, ob es sich um dieselbe Insel handelt, wie bei Cabrals Großvater. Bartels händigt Gisler Old Macs alte Seekarte aus und erzählt ihm, dass er sich 1852 selbst auf die Suche nach Bonitos vergrabenem Schatz gemacht hat, auf einer Insel namens Kokos. Doch ihm ging das Geld aus, noch bevor er dort ankam. Old Mac besaß Piratenkarten mit Informationen über einen Schatz auf einer Insel, die er als Kokosinsel kannte. Aber wo liegt diese geheimnisvolle Insel? Die Seekarte zeigt eine Insel mit zwei Bergen und zwei Buchten auf der Nordost- und Nordwestseite. Die Lage der Insel 5 Grad 27 Minuten nördlicher Breite und 87 Grad westlicher Länge. Von den zwei Bergen führt jeweils eine Linie ab und wo sich diese beiden Linien kreuzen, dort ist das Versteck des Schatzes markiert. Doch das ist noch nicht alles. Als Gisler die Dokumente genauer studierte, entdeckte er zu seiner Überraschung, dass die Beschreibung der Kokosinsel ziemlich genau mit ihm übereinstimmte, was Cabral über seine Insel berichtet hatte. Auch Cabrals Großvater sprach von zwei Bergen. Ganz so wie die alte Seekarte von Old Mac. Letztendlich lieferte ihm Barthels den Namen. Kokosinsel. Die Kokosinsel ist für vergrabene Schätze so berühmt, weil es viele Berichte darüber gibt, dass Piraten gewaltige Mengen an Gold, Rubinen und Silber dort versteckten und aus verschiedensten Gründen nicht wieder abholen konnten, weil sie gehängt wurden oder auf dem Meer verschollen sind. Gisler ist inzwischen überzeugt, dass der Schatz noch immer auf der Insel liegt und er ihn finden kann. Bevor er aufbricht, mahnt Bartels ihm zur Vorsicht. Nimm nicht zu viele Helfer mit auf die Insel und lasse keine Seele wissen, was du vorhast. Du könntest nicht nur den Schatz, sondern auch dein Leben verlieren. Gisler ignoriert die Warnung. Er geht an Bord eines schwedischen Segelschiffs, das auf dem Weg nach Chile ist. Der Kapitän verspricht, den Deutschen auf der Kokosinsel abzusetzen. Das Schiff ist nur schlecht bemannt. Wind und Meer machen der Besatzung das Leben schwer. Erst trifft sie ein Sturm. Und dann, noch schlimmer, herrscht totale Windstille. Wir waren gerade noch 550 Kilometer von der Insel entfernt und dachten, dass wir den Rest locker in einer Woche schaffen können. Aber da schwächte der Wind ab und es verstrichen 14 Tage, ehe wir die Kokosinsel erstmals sichteten. Zunächst waren wir beruhigt, doch in der Nacht verloren wir völlig den Sichtkontakt. Das schwedische Segelschiff treibt noch eine weitere Woche auf dem Pazifik herum. Dann ordnet der Kapitän an, direkten Kurs auf Chile zu nehmen. Ohne Zwischenstopp auf der Kokosinsel. 73 Tage nachdem er Honolulu verlassen hat, kommt August Gisler in Chile an. Fast 5000 Kilometer von der Kokosinsel entfernt. Während der nächsten Monate spricht Gisler mit chilenischen Kaufleuten und Hafenarbeitern, um Geld für seine Reise zur Kokosinsel zu sammeln. Es kostete ihn einige Zeit, alles auf die Reihe zu bekommen. Aber am Ende schaffte er es, in Chile eine Gruppe Investoren einzubinden, die bereit war, mit ihm auf die Kokosinsel zu reisen. Ende Februar 1889, acht Jahre nachdem er zum ersten Mal die Geschichte von Cabrals Großvater gehört hat, setzt August Gisler seinen Fuß auf die Kokosinsel. Jetzt kann er endlich seinen Traum verwirklichen. Die Kokosinsel liegt 500 Kilometer vor der Küste Costa Ricas. Sie gehört zur gleichen Vulkankette wie die Galapagos-Inseln. Sie ragt förmlich aus den Tiefen des Pazifiks hervor. Rund 4000 Meter sind es bis zum Meeresboden. Nur die Spitze des Berges lugt aus dem Wasser heraus. Die Insel ist bewachsen von einem dichten Dschungel. Wasser fällt in Kaskaden von den hohen Granitfelsen. Ein einsamer Ort mitten im Pazifik. Menschen haben es hier nie lange ausgehalten. Gisler und seine Begleiter sind allein auf der Insel. In den ersten Wochen richten sie ein Basislager ein. August Gisler verschafft sich Orientierung. Mithilfe seiner Seekarte und den zwei Bergen, die emporragen. Die beiden Berge waren auf meiner Karte eingezeichnet. Von ihnen gingen zwei Linien ab, die ein gutes Stück Land einwärts führten. Um den Schnittpunkt der Linien war ein großes Quadrat gezeichnet. Die Schrift auf der Karte war spanisch, aber meine Kameraden übersetzten sie für mich. 1821 vergruben wir hier einen Schatz von immensem Wert. Obendrauf pflanzten wir eine Kokospalme. Wir bestimmten die Lage mithilfe eines Kompass. Ost-Nord-Ost, ein Halb-Nord zum östlichen Berg und 10 Grad zum westlichen Berg. Die Karte ist die Grundlage für die ersten Arbeiten. Sie entwurzelten Bäume. Suchten nach Höhlen. Und gruben neue Zugänge zu bereits existierenden Tunneln. Doch alles ohne Ergebnis. Einer nach dem anderen verließ frustriert die Insel. Bis schließlich nur noch vier Männer übrig blieben. Gisler und seine letzten Kameraden suchen weiter. Sie graben unter jeder Palme in dem auf der Karte gekennzeichneten Gebiet. Nach zehn Monaten verlassen auch sie erschöpft und enttäuscht die Insel und kehren im Dezember 1889 nach Chile zurück. Knapp ein Jahr später ist August Gisler schon wieder zurück auf der Insel. Diesmal besser vorbereitet und mit einem besser ausgerüsteten Suchtropf. Schon bald scheint sich die Mühe auszuzahlen. Eines Morgens gräbt Gisler drei spanische Goldmünzen aus dem 18. Jahrhundert aus. Doch die Münzen bleiben zunächst sein einziger Fund. Wir verbrachten mehrere Monate auf der Insel, gruben und bohrten so lange, bis wir uns eingestehen mussten, dass wir nichts mehr finden würden. Also lichteten wir den Anker. Gisler quälen nun Selbstzweifel. Hat er die älteste Torheit aller Schatzsucher begangen? Jeder beginnt mit einer Schatzkarte oder einem geheimen Hinweis und jeder glaubt, dass er als einziger davon weiß. Man denkt, es dauert nur eine Woche, um den Schatz zu heben. Dann ist man reich und das war's. Gisler konnte die beschriebenen Örtlichkeiten und exakten Positionen nicht ausfindig machen. Kein Wunder, die Insel ist ja ein Vulkan und verändert sich ständig. Obwohl Gisler den Hinweisen gefolgt war, fand er den Schatz nicht. Er muss dann irgendwann erkannt haben, dass er keine Chance hat, wenn er nur diese speziellen Hinweise berücksichtigt. Für Gisler kommt dieser Augenblick einer Erleuchtung gleich. Auch wenn bisher alle Versuche fehlschlugen, er will es noch einmal auf eine ganz andere Art versuchen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit einzelnen kleinen Expeditionen, erkannte Gisler, das Problem ist so gewaltig, dass er so nicht weiterkommen würde. Der Deutsche sieht nur eine Chance. Das Suchgebiet muss ausgeweitet werden. Sein Plan sah vor, an dem Ort zu graben, der am vielversprechendsten war. Und wenn das nichts bringen sollte, würde er den Suchbereich immer weiter ausdehnen. Und weiter und weiter. Gislas Vorhaben ist gigantisch. Es würde bedeuten, nach und nach die ganze Insel umzugraben, was Jahre dauern könnte. Deshalb beschließt er, auf der Insel zu wohnen und der Schatzsuche, falls nötig, sein ganzes Leben zu widmen. Ich denke, für Gisler war nach seinen ersten Versuchen klar, dass Logistik eine entscheidende Rolle spielte. Aber Logistik ist teuer. Dieses Geld selbst aufzubringen, das klappt ein- oder zweimal. Eine erneute aufwendige Suche würde daher unter völlig anderen Bedingungen stattfinden müssen. Gisler freundet sich mit der Idee an, für einen längeren Zeitraum auf der Insel zu leben. In den vergangenen beiden Jahren hat er die Insel ausführlich erkundet. Er kennt Terrain und Klima. Er glaubt, dass sich der Boden zur Kultivierung eignet. Und es gibt Tiere im Überfluss. Wildschweine, Ziegen und Rehe. Gisler ist überzeugt, wenn man das Land bewirtschaftet, kann man sich auf der Insel gut selbst versorgen. Solange man will. Seine Idee, Menschen könnten auf der Insel eine Agrargemeinschaft gründen und gemeinsam nach dem Schatz suchen. Er wollte die Kokosinsel besiedeln und behauptete, dort auch alles Mögliche anbauen zu können. Den besten Tabak mit einem höheren Ertrag als auf Kuba und eine Vielzahl unterschiedlicher Bananensorten. Aber wenn man sich überlegt, dass die Insel vor allem aus Vulkangestein besteht und nicht einmal 25 Quadratkilometer groß ist, dann waren das schon recht vollmundige Versprechungen. Gisler bat den Präsidenten Costa Ricas, auf der Insel eine Kolonie zu gründen. Ein Postschiff sollte einmal im Monat Lebensmittel herüberbringen. Das würde ein längerfristiges Engagement auf der Kokosinsel ermöglichen. Im Juli 1891 stimmt der Präsident Gislers Plänen zu und erlaubt ihm, die Insel landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Er bekam die Erlaubnis, eine Kolonie zu gründen. Costa Rica stimmte zu, wenn es ihm gelänge, 50 Familien aus Deutschland mit auf die Insel zu bringen. Gisler muss nun Geld auftreiben und 50 deutsche Familien finden. Mit dem Vertrag in der Tasche reist er nach Europa, um dort für seinen Plan zu werben. Damals wollte der deutsche Kaiser aber nur die Anzahl eigener Kolonien erhöhen. Das entsprach auch ein bisschen dem Geist dieser Zeit. Nach Europa versucht Gisler sein Glück in den Vereinigten Staaten. Doch egal wohin er auch geht, er findet keine Interessenten. Weder in Europa noch in Amerika. In seiner Verzweiflung wendet sich Gisler noch einmal an die Regierung Costa Ricas. Ich erklärte dem Präsidenten, dass es unter den vereinbarten Bedingungen unmöglich war, Geld und Leute aufzutreiben. Er forderte mich auf, meine Wünsche vorzulegen und er würde schauen, was er tun kann. Gisler führt alles auf, was seiner Meinung nach für eine Besiedelung der Insel nötig ist. Ich forderte eine Hälfte der Insel für mich, die andere sollte geteilt und den Siedlern zur Verfügung gestellt werden. Es dauerte einige Zeit, mit meinen Argumenten zu überzeugen, aber schließlich wurden meine Bedingungen akzeptiert. Für Gisler bedeutet das den Durchbruch. Inzwischen ist er verheiratet. Zusammen mit seiner Frau Mary kehrt August Gisler nach Europa zurück. Diesmal kann er schnell Menschen für sein Vorhaben begeistern. Und mit Hilfe von Familie und Freunden sammelt er genug Geld für den Transport der Kolonisten auf die Insel. Zusammen mit meiner Frau brach ich am 13. Dezember 1894 zu unserer Insel auf. Von New York aus nahmen wir Holz, Baumaterial, Lebensmittel und Saatgut mit. In Panama luden wir Tropenpflanzen, Hühner, Enten und Truthähne zu. Die deutschen Familien begannen mit dem Häuserbau. Und es sah so aus, als ob alles gut gehen würde. Die Kokosinsel verkörperte all das, was Deutschland zu dieser Zeit nicht war. Sie war wild, rau und fernab von allem. August Gisler konnte hier sein eigenes Ding machen. Als erstes pflanzten wir Zuckerrohr, Bananen, Gemüse und Kaffee an. Am 11. November 1897 ernennt ihn die Regierung Costa Ricas sogar zum Gouverneur der Kokosinsel. Jetzt hat Gisler genug Zeit und Leute, um nach dem Schatz zu suchen. Bei einer seiner regelmäßigen Erkundungstouren entlang der Küste entdeckt er weitere spanische Goldmünzen. Doch Gislas Traum löst sich schon bald wieder in Luft auf. Das Versorgungsschiff der Regierung, das regelmäßig die Insel anlaufen sollte, kreuzt schon nach ein paar Fahrten nicht mehr auf. Unsere Vorräte gingen zur Neige und einer unserer Siedler wurde krank. Seine Glieder schrollen an und bald darauf starb er. Damit hören die Probleme nicht auf. Die deutschen Siedler, denen geradezu ein Land des Überflusses versprochen worden war, tun sich schwer mit dem Anbau von Gemüse im tropischen Inselparadies. Die Kokosinsel hat einen ungewöhnlichen Boden. Es ist eine Mischung aus grauem Sand und Lehm, der das Wasser tief in der Erde speichert. Das macht es schwierig, irgendetwas anzupflanzen. Gisler ist klar, er muss Lebensmittel besorgen, damit die Siedler überleben und mit ihm den Schatz suchen können. Er baut ein Boot und setzt mit vier Männern nach Costa Rica über, um Vorräte zu beschaffen. Doch als das Boot in Costa Rica beladen ist, gibt es den nächsten Rückschlag. Drei der Männer weigern sich, mit ihm zur Insel zurückzukehren. Es brachte nichts mit ihnen zu erörtern, wie feige es war, ihre Ehefrauen einfach zurückzulassen. Es hatte schon genug Geld gekostet, die Siedler auf die Insel zu bringen. Und vermutlich war es auf lange Sicht günstiger, sie loszuwerden. Doch es kommt noch schlimmer. Bei seiner Rückkehr muss Gisler feststellen, eine Rattenplage sucht die Insel heim. Die Tiere fallen sogar die Kinder an. Die ganze Insel war voller Ratten. Es lief wirklich nicht gut für die Siedler. Sie hatten sich ausgemalt, wie sie als reiche Plantagenbesitzer auf einer Insel im Pazifik leben würden. Nun sind sie arme Farmer und ihre Kinder werden von Schädlingen gequält. Die Siedler rebellieren angesichts des harten Lebens auf der Insel. Die meisten von ihnen wollten nicht wirklich hart arbeiten. Und sie waren dieses Klima aus Deutschland nicht gewohnt. Regnerisch, nass und feucht-heiß. Und dann mussten sie auch noch ihre Häuser selbst bauen, sich selbst versorgen und überhaupt alles selber machen. Als die Kolonisten auf Gisler losgehen, stellt er sich ihnen entgegen. Gisler zeichnete sich nicht nur durch seine mentale und physische Stärke aus. Er besaß zudem eine natürliche Autorität. Er machte klar, er ist Gouverneur, Richter und Henker. Ich dachte, sie würden ihre Felder bestellen und reich werden. Stattdessen lehnten sie sich schon nach kurzer Zeit gegen mich auf. Ich rief als Gouverneur der Insel das Kriegsrecht aus und zielte mit meinen großen Pistolen in ihre Gesichter. Ich schüchterte sie so sehr ein, dass sie ihre Waffen niederlegten und der Frieden wiederhergestellt war. Aber es ist nur ein kleiner Sieg. Die Siedlung fällt nach und nach auseinander. Es war eine armselige Gemeinschaft. Jeder kämpfte nur ums eigene Überleben. Und alle Hoffnungen, reich zu werden, hatten sie schon lange zerschlagen. Was so verheißungsvoll begonnen hatte, als die Siedler angekommen waren, verblasste mehr und mehr. Und so entschied einer nach dem anderen, dass sie als Farmer auf der Insel keine Zukunft mehr hatten. 1902 sind August Gisler und seine Frau die einzig Verbliebenen auf der Insel. Aber auch jetzt will Gisler nicht aufgeben. Seit nunmehr 16 Jahren sucht er nach dem Schatz. Und trotz allem, er ist weiterhin davon überzeugt, dass er ihn finden wird. Auf einer Erkundungstour entdeckt Gisler einen großen handgeschnitzten Schriftzug in der Rinde eines Baumes. Der Vogel ist ausgeflogen, stand da. Was hat er das zu bedeuten und wer hat er das geschrieben? Ist es eine verschlüsselte Nachricht? Steht der Vogel für den Schatz? Hat ihn schon jemand vor Gisler gefunden? Waren alle seine Bemühungen umsonst? Ich denke, das Entscheidende war, wissen die, dass der Schatz weg ist? Oder glauben sie es nur? Ich frage mich, wie sehr Gisler das beschäftigte, nachdem er es entdeckt hatte. Gisler ist verzweifelt, nicht nur wegen des Schatzes. Auch ihre Lage verschlimmert sich zusehends. Seit fast einem Jahr hat kein Schiff die Insel angefahren. Er hat keine Munition mehr, um wild zu schießen. Gisler weiß, er muss wieder zum Festland rüber, damit sie hier überleben können. Es gab niemand anderen mehr auf der Insel außer seiner Frau. Es muss eine sehr starke, vielleicht auch romantische Beziehung gewesen sein. Jeder andere Frau wäre vermutlich gegangen und hätte ihn für verrückt erklärt. Gisler macht sein selbstgebautes Boot wieder startklar. Da er kein Material für das Segel hat, nimmt er die Laken von ihrem Ehebett. Seiner Frau verspricht er, nicht länger als vier bis sechs Wochen fort zu sein. Dann bricht er auf, um Vorräte zu kaufen. Doch wie so oft kommt es anders als geplant. Kaum hat Gisler die Insel verlassen, gerät er in einen fürchterlichen Sturm und wird nach Panama verschlagen. Über 300 Kilometer entfernt von seinem Ziel Costa Rica. Seine Frau lebt unterdessen ganz allein auf der Insel. Seine Frau war auf der Insel völlig auf sich allein gestellt. Mitten im Pazifischen Ozean. Sie hatte nur das Nötigste, um sich zu versorgen. Sie baute Fangen und fing Tiere. Assi, Ratten? Vielleicht. Niemand kümmerte sich um sie. Sie hätte einfach sterben können auf der Insel. Sie hat die Insel. Das muss furchtbar für sie gewesen sein. Schließlich schafft es Gisler zurück auf die Kokosinsel. Nach sechs Monaten. Doch dieses Erlebnis und der ständige Kampf ums Überleben lassen die beiden zur Einsicht kommen. 1908 verlassen August und Mary Gisler die Insel. Sie ziehen nach New York, wo ihnen die Unterstützung von Verwandten sicher ist. Sind damit alle Bemühungen und Anstrengungen von August Gisler umsonst gewesen? 17 Jahre suchte er auf der Kokosinsel nach dem vergrabenen Schatz. Am Ende hatte er lediglich 33 spanische Goldstücke aus dem 18. Jahrhundert gefunden. Ich frage mich, ob er rückblickend am Ende seines Lebens das Gefühl hatte, dass ihn diese Goldmünzen auf der Insel gehalten haben. Hätte er sonst nicht bereits Jahre früher aufgegeben? Am Ende war er nur noch ein verzweifelter Mann, besessen von der Idee, dass da irgendetwas auf der Insel war. Er hätte alles dafür getan, es zu finden, wenn er nur gewusst hätte, was er tun sollte. Es war fast so, als ob ihm jede gefundene Münze wie ein boshafter Kobold zugeflüstert hätte. Hier ist Geld. Mach weiter, August. Grab weiter. August Gisler stirbt am 8. August 1935 im Alter von 78 Jahren. In seinem Testament vermacht er seine Hälfte der Kokosinsel Freunden und Verwandten. Sein Erbe, so hatte er damals geschätzt, betrage rund 200.000 Dollar. Doch als die Begünstigten ihr Erbe antreten wollen, spielt die Regierung Kostarikas nicht mit. August Gisler sei nur Gouverneur auf Zeit gewesen und nie der Besitzer der Insel. Das Testament ist damit wertlos. Man kann aber auch ganz anders auf das Leben von August Gisler blicken. Er mag zwar nie gefunden haben, wonach er suchte, doch seine Hingabe und sein Durchhaltevermögen sind eine Hommage an die menschliche Willenskraft. Die meisten Menschen haben auf der Kokosinsel nur ein oder zwei Wochen durchgehalten, weil die Graberei fertig macht, auslaugt. Allein schon die mentale und physische Stärke ein paar Wochen auf der Insel zu überstehen und zu graben, ist beeindruckend. Das, was Gisler tat, nie aufzugeben und 17 Jahre lang auf der Insel nach dem Schatz zu suchen, zeichnet einen außergewöhnlichen Menschen aus. Und als er zu seiner Suche aufgebrochen war, gab es für ihn kein Zurück mehr. Nicht so lange Blut in seinen Adern und Luft in seinen Lungen war. Besessen? Vielleicht. Aber ganz sicher war er leidenschaftlich und einfallsreich. Er hat seinen Traum gelebt. Wer will ihm das vorwerfen? Diese Worte sind vermutlich die letzten, die August Gisler geschrieben hat. Der Schatz liegt auf der Insel. Aber es wird viel Geld und enorme Anstrengungen kosten, ihn zu bergen. Ich habe viel Mühsal und Gefahren auf mich genommen. Aber das kann mich nicht davon abhalten, es vielleicht wiederzute zu kaufen. Doch wie so oft kommt es anders als geplant. Kaum hat Gisler die Insel verlassen, gerät er in einen fürchterlichen Sturm und wird nach Panama verschlagen. Über 300 Kilometer entfernt von seinem Ziel Costa Rica. Seine Frau lebt unterdessen ganz allein auf der Insel. Seine Frau war auf der Insel völlig auf sich allein gestellt. Mitten im Pazifischen Ozean. Sie hatte nur das Nötigste, um sich zu versorgen. Sie baute Fallen und fing Tiere. Assi, Ratten? Vielleicht. Niemand kümmerte sich um sie. Sie hätte einfach sterben können auf der Insel. Das muss furchtbar für sie gewesen sein. Schließlich schafft es Gisler zurück auf die Kokosinsel. Nach sechs Monaten. Doch dieses Erlebnis und der ständige Kampf ums Überleben lassen die beiden zur Einsicht kommen. 1908 verlassen August und Mary Gisler die Insel. Sie ziehen nach New York, wo ihnen die Unterstützung von Verwandten sicher ist. Sind damit alle Bemühungen und Anstrengungen von August Gisler umsonst gewesen? 17 Jahre suchte er auf der Kokosinsel nach dem vergrabenen Schatz. Am Ende hatte er lediglich 33 spanische Goldstücke aus dem 18. Jahrhundert gefunden. Ich frage mich, ob er rückblickend am Ende seines Lebens das Gefühl hatte, dass ihn diese Goldmünzen auf der Insel gehalten haben. Hätte er sonst nicht bereits Jahre früher aufgegeben? Am Ende war er nur noch ein verzweifelter Mann, besessen von der Idee, dass da irgendetwas auf der Insel war. Er hätte alles dafür getan, es zu finden, wenn er nur gewusst hätte, was er tun sollte. Es war fast so, als ob ihm jede gefundene Münze wie ein boshafter Kobold zugeflüstert hätte. Hier ist Geld. Mach was. Gisler horcht auf. Er fragt sich, ob es sich um dieselbe Insel handelt, wie bei Cabrals Großvater. Bartels händigt Gisler Old Macs alte Seekarte aus und erzählt ihm, dass er sich 1852 selbst auf die Suche nach Bonitos vergrabenem Schatz gemacht hat, auf einer Insel namens Kokos. Doch ihm ging das Geld aus, noch bevor er dort ankam. Old Mac besaß Piratenkarten mit Informationen über einen Schatz auf einer Insel, die er als Kokosinsel kannte. Aber wo liegt diese geheimnisvolle Insel? Die Seekarte zeigt eine Insel mit zwei Bergen und zwei Buchten auf der Nordost- und Nordwestseite. Die Lage der Insel, 5 Grad 27 Minuten nördlicher Breite und 87 Grad westlicher Länge. Von den zwei Bergen führt jeweils eine Linie ab. Und wo sich diese beiden Linien kreuzen, dort ist das Versteck des Schatzes markiert. Doch das ist noch nicht alles. Als Gisler die Dokumente genauer studierte, entdeckte er zu seiner Überraschung, dass die Beschreibung der Kokosinsel ziemlich genau mit ihm übereinstimmte, was Cabral über seine Insel berichtet hatte. Auch Cabrals Großvater sprach von zwei Bergen. Ganz so wie die alte Seekarte von Old Mac. Letztendlich lieferte ihm Bartels den Namen. Kokosinsel. Die Kokosinsel ist für vergrabene Schätze so berühmt, weil es viele Berichte darüber gibt, dass Piraten gewaltige Mengen an Gold, Rubinen und Silber dort versteckten und aus verschiedensten Gründen nicht wieder abholen konnten, weil sie gehängt wurden oder auf dem Meer verschollen sind. Gisler ist inzwischen überzeugt, dass der Schatz noch immer auf der Insel liegt und er ihn finden kann. Bevor er aufbricht, mahnt Bartels ihm zur Vorsicht. Nimm nicht zu viele Helfer mit auf die Insel und lasse keine Seele wissen, was du vorhast. Du könntest nicht nur den Schatz, sondern auch dein Leben verlieren. Mit seiner Frau Mary kehrt August Gisler nach Europa zurück. Diesmal kann er schnell Menschen für sein Vorhaben begeistern und mit Hilfe von Familie und Freunden sammelt er genug Geld für den Transport der Kolonisten auf die Insel. Zusammen mit meiner Frau brach ich am 13. Dezember 1894 zu unserer Insel auf. Von New York aus nahmen wir Holz, Baumaterial, Lebensmittel und Saatgut mit. In Panama luden wir Tropenpflanzen, Hühner, Enten und Truthähne zu. Die deutschen Familien begannen mit dem Häuserbau. Die Kokosinsel verkörperte all das, was Deutschland zu dieser Zeit nicht war. Sie war wild, rau und fernab von allem. August Gisler konnte hier sein eigenes Ding machen. Als erstes pflanzten wir Zuckerrohr, Bananen, Gemüse und Kaffee an. Am 11. November 1897 ernennt ihn die Regierung Costa Ricas sogar zum Gouverneur der Kokosinsel. Jetzt hat Gisler genug Zeit und Leute, um nach dem Schatz zu suchen. Bei einer seiner regelmäßigen Erkundungstouren entlang der Küste entdeckt er weitere spanische Goldmünzen. Doch Gislers Traum löst sich schon bald wieder in Luft auf. Das Versorgungsschiff der Regierung, das regelmäßig die Insel anlaufen sollte, kreuzt schon nach ein paar Fahrten nicht mehr auf. Unsere Vorräte gingen zur Neige und einer unserer Siedler wurde krank. Seine Glieder schrollen an und bald darauf starb er. Damit hören die Probleme nicht auf. Die deutschen Siedler, denen geradezu ein Land des Überflusses versprochen worden war, tun sich schwer mit dem Anbau von Gemüse im tropischen Inselparadies. Die Kokosinsel hat einen ungewöhnlichen Boden. Es ist eine Mischung aus Grauem, Sand und Lehm, der das Wasser tief in der Erde speichert. Das macht es schwierig, irgendetwas anzuhute, brachten den Schatz an Land. In der Nähe mehrerer Kokospalmen. Ein Bach mündete an der Stelle ins Meer. Gisler liest weiter, wie Cabrals Großvater und der Schiffskapitän dem Wasserlaufland einwärts folgen und erneut auf einen Hain mit Kokospalmen stoßen. Hier beschließen sie, ihre Beute zu vergraben. Es gab ja damals keine nummerierten Schließfächer, wie in einer schwarzer Bahn. Man packte den Schatz in ein sicheres Versteck, das zwei Eigenschaften genügen musste. Erstens sollte es schwierig zu finden sein. Und zweitens musste man es selbst wiederfinden können. Anhand von Informationen, die niemand anderes hatte. Dann entdeckt August Gisler den vielleicht entscheidenden Hinweis, wo genau Cabrals Großvater den Piratenschatz versteckt haben könnte. Ich grub ein Loch in den Boden und füllte es mit dem Schatz. Der Kapitän vermaß alles sehr genau, verriet mir aber nichts. Also nahm ich meine eigenen Koordinaten. 600 Fuß von West nach Süd, angefangen von der Mündung des Baches bis zum runden Felsen und dann 20 Fuß zurück zu den Kokospalmen. Noch nie zuvor hat Gisler etwas Vergleichbares gelesen. Und er realisiert, dass das Notizbuch nicht nur exakte Angaben enthält, wo der Schatz vergraben liegt. Es ist auch noch nie vorher einem anderen Menschen gezeigt worden. Doch etwas fehlt. Gisler hatte zwar sehr viele Informationen, wo genau der Schatz vergraben war, aber ein ganz entscheidender Hinweis fehlte ihm. Der Name der Insel. 169 Tage nachdem Gislers Schiff London verlassen hat, erreicht es Hawaïs Hauptstadt Honolulu. Inzwischen versucht der junge Deutsche verzweifelt, den Namen der Insel zu erfahren. Und er bemüht sich, genug Geld zu erinnern. In den ersten Wochen richten sie ein Basislager ein. August Gisler verschafft sich Orientierung. Mithilfe seiner Seekarte und den zwei Bergen, die emporragen. Die beiden Berge waren auf meiner Karte eingezeichnet. Von ihnen gingen zwei Linien ab, die ein gutes Stück Land einwärts führten. Um den Schnittpunkt der Linien war ein großes Quadrat gezeichnet. Die Schrift auf der Karte war spanisch, aber meine Kameraden übersetzten sie für mich. 1821 vergruben wir hier einen Schatz von immensem Wert. Obendrauf pflanzten wir eine Kokospalme. Wir bestimmten die Lage mithilfe eines Kompass. Ost-Nord-Ost, einhalb Nord zum östlichen Berg und zehn Grad zum westlichen Berg. Die Karte ist die Grundlage für die ersten Arbeiten. Sie entwurzelten Bäume. Suchten nach Höhlen. Und gruben neue Zugänge zu bereits existierenden Tunneln. Doch alles ohne Ergebnis. Einer nach dem anderen verließ, frustriert die Insel. Bis schließlich nur noch vier Männer übrig blieben. Gisler und seine letzten Kameraden suchen weiter. Sie graben unter jeder Palme in dem auf der Karte gekennzeichneten Gebiet. Nach zehn Monaten verlassen auch sie erschöpft und enttäuscht die Insel und kehren im Dezember 1889 nach Chile zurück. Knapp ein Jahr später ist August Gisler schon wieder zurück auf der Insel. Diesmal besser vorbereitet und mit einem besser ausgerüsteten Suchtrop. Schon bald scheint sich die Mühe auszunehmen. Suchten nach Höhlen. Und gruben neue Zugänge zu bereits existierenden Tunneln. Doch alles ohne Ergebnis. Einer nach dem anderen verließ, frustriert die Insel. Bis schließlich nur noch vier Männer übrig blieben. Gisler und seine letzten Kameraden suchen weiter. Sie graben unter jeder Palme in dem auf der Karte gekennzeichneten Gebiet. Nach zehn Monaten verlassen auch sie erschöpft und enttäuscht die Insel und kehren im Dezember 1889 nach Chile zurück. Knapp ein Jahr später ist August Gisler schon wieder zurück auf der Insel. Diesmal besser vorbereitet und mit einem besser ausgerüsteten Suchtrop. Schon bald scheint sich die Mühe auszuzahlen. Eines Morgens gräbt Gisler drei spanische Goldmünzen aus dem 18. Jahrhundert aus. Doch die Münzen bleiben zunächst sein einziger Fund. Wir verbrachten mehrere Monate auf der Insel, gruben und bohrten so lange, bis wir uns eingestehen mussten, dass wir nichts mehr finden würden. Gisler quälen nun Selbstzweifel. Hat er die älteste Torheit aller Schatzsucher begangen? Ein einsamer Ort mitten im Pazifik. Menschen haben es hier nie lange ausgehalten. Gisler und seine Begleiter sind allein auf der Insel. In den ersten Wochen richten sie ein Basislager ein. August Gisler verschafft sich Orientierung. Mithilfe seiner Seekarte und den zwei Bergen, die emporragen. Die beiden Berge waren auf meiner Karte eingezeichnet. Von ihnen gingen zwei Linien ab, die ein gutes Stück Land einwärts führten. Um den Schnittpunkt der Linien war ein großes Quadrat gezeichnet. Die Schrift auf der Karte war spanisch, aber meine Kameraden übersetzten sie für mich. 1821 vergruben wir hier einen Schatz von immensem Wert. Obendrauf pflanzten wir eine Kokospalme. Wir bestimmten die Lage mithilfe eines Kompass. Ost-Nord-Ost, einhalb Nord zum östlichen Berg und zehn Grad zum westlichen Berg. Die Karte ist die Grundlage für die ersten Arbeiten. Sie entwurzelten Bäume. Suchten nach Höhlen. Und gruben neue Zugänge zu bereits existierenden Tunnels. Doch alles ohne Ergebnis. Einer nach dem anderen verließ frustriert die Insel. Bis schließlich nur noch vier Männer übrig blieben. Gisler und seine letzten Kameraden suchen weiter. Sie graben unter jeder Palme in dem auf der Karte gekennzeichneten Gebiet. Nach zehn Monaten verlassen auch sie erschöpft und enttäuscht die Insel und kehren im Dezember 1889 nach Chile zurück. Von den zwei Bergen führt jeweils eine Linie ab. Und wo sich diese beiden Linien kreuzen, dort ist das Versteck des Schatzes markiert. Doch das ist noch nicht alles. Als Gisler die Dokumente genauer studierte, entdeckte er zu seiner Überraschung, dass die Beschreibung der Kokosinsel ziemlich genau mit ihm übereinstimmte, was Cabral über seine Insel berichtet hatte. Auch Cabrals Großvater sprach von zwei Bergen. Ganz so wie die alte Seekarte von Old Mac. Die Kokosinsel ist für vergrabene Schätze so berühmt, weil es viele Berichte darüber gibt, dass Piraten gewaltige Mengen an Gold, Rubinen und Silber dort versteckten und aus verschiedensten Gründen nicht wieder abholen konnten, weil sie gehängt wurden oder auf dem Meer verschollen sind. Gisler ist inzwischen überzeugt, dass der Schatz noch immer auf der Insel liegt und er ihn finden kann. Bevor er aufbricht, mahnt Bartels ihm zur Vorsicht. Nimm nicht zu viele Helfer mit auf die Insel und lasse keine Seele wissen, was du vorhast. Du könntest nicht nur den Schatz, sondern auch dein Leben verlieren. Gisler ignoriert die Warnung. Er geht an Bord eines schwedischen Segelschiffs, das auf dem Weg nach Chile ist. Der Kapitän verspricht, den Deutschen auf der Kokosinsel abzusetzen. Das Schiff ist nur schlecht bemannt. Wind und Meer machen der Besatzung das Leben schwer. Erst trifft sie ein Sturm. Und dann, noch schlimmer, herrscht totale Windstille. Gisler schreibt. Gisler konnte die beschriebenen Örtlichkeiten und exakten Positionen nicht ausfindig machen. Kein Wunder, die Insel ist ja ein Vulkan und verändert sich ständig. Obwohl Gisler den Hinweisen gefolgt war, fand er den Schatz nicht. Er muss dann irgendwann erkannt haben, dass er keine Chance hat, wenn er nur diese speziellen Hinweise berücksichtigt. Für Gisler kommt dieser Augenblick einer Erleuchtung gleich. Auch wenn bisher alle Versuche fehlschlugen, er will es noch einmal auf eine ganz andere Art versuchen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit einzelnen kleinen Expeditionen, erkannte Gisler, das Problem ist so gewaltig, dass er so nicht weiterkommen würde. Der Deutsche sieht nur eine Chance. Das Suchgebiet muss ausgeweitet werden. Sein Plan sah vor, an dem Ort zu graben, der am vielversprechendsten war. Und wenn das nichts bringen sollte, würde er den Suchbereich immer weiter ausdehnen. Und weiter und weiter. Gislers Vorhaben ist gigantisch. Es würde bedeuten, nach und nach die ganze Insel umzugraben, was Jahre dauern könnte. Deshalb beschließt er, auf der Insel zu wohnen und der Schatzsuche, falls nötig, sein ganzes Leben zu widmen. Ich denke, für Gisler war nach seinen ersten Versuchen klar, dass Logistik eine entscheidende Rolle spielte. Aber Logistik ist teuer. Dieses Geld selbst aufzubringen, das klappt ein- oder zweimal. Eine erneute aufwendige Suche würde daher unter völlig anderen Bedingungen stattfinden müssen. Gisler freundet sich mit der Idee an, für einen längeren Zeitraum auf der Insel zu leben. In den vergangenen beiden Jahren hat er die Insel ausführlich ergänzt. Gisler drei spanische Goldmünzen aus dem 18. Jahrhundert aus. Doch die Münzen bleiben zunächst sein einziger Fund. Wir verbrachten mehrere Monate auf der Insel, gruben und bohrten so lange, bis wir uns eingestehen mussten, dass wir nichts mehr finden würden. Also lichteten wir den Anker. Gisler quälen nun Selbstzweifel. Hat er die älteste Torheit aller Schatzsucher begangen? Jeder beginnt mit einer Schatzkarte oder einem geheimen Hinweis und jeder glaubt, dass er als einziger davon weiß. Man denkt, es dauert nur eine Woche, um den Schatz zu heben. Dann ist man reich und das war's. Gisler konnte die beschriebenen Örtlichkeiten und exakten Positionen nicht ausfindig machen. Kein Wunder, die Insel ist ja ein Vulkan und verändert sich ständig. Obwohl Gisler den Hinweisen gefolgt war, fand er den Schatz nicht. Er muss dann irgendwann erkannt haben, dass er keine Chance hat, wenn er nur diese speziellen Hinweise berücksichtigt. Für Gisler kommt dieser Augenblick einer Erleuchtung gleich. Auch wenn bisher alle Versuche fehlschlugen, er will es noch einmal auf eine ganz andere Art versuchen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit einzelnen kleinen Expeditionen erkannte Gisler, das Problem ist so gewaltig, dass er so nicht weiterkommen würde. Der Deutsche sieht nur eine Chance. Das Suchgebiet muss ausgeweitet werden. Sein Versuch ... ... ... Der Plan war, dass er sein